so bin dann auch live hallo also live in rekorden schein so als starten wir dieses mal mit der map deine schlechteste map letzte woche ich hatte bis jetzt gerade bis vor zwei drei minuten hatte ich noch turbo gefahren ich hatte jetzt gerade so für zwei stunden oder so ein bisschen weniger anderthalb oder so eine valley dirt map gefahren um da scm zu holen und ich hatte sie jetzt gerade in den letzten fünf minuten bekommen oh nice heißt ich bin jetzt komplett im turbo valley drin und das ist halt sowas von anders zu tm2 ich muss auch mal das programm ausmachen bei meinem auto ausmachen geht schon gar nicht vernünftig das wird auf dieser strecke trotzdem eine gute platzierung werden ich bin mir aber nicht sicher mit diesen decks hier ich habe mehrmals so eine zehnte aussätze gerade auf dieser map ist das schon ziemlich viel jetzt wo du es sagst habe ich sie aber auch ich bin natürlich zweiter gewesen an schild von sechster ohne das und dann ist es auch noch so knapp irgendwie die ganze zeit lag das bei mir ender schreibt auch nice lag das ist mir allgemein aufgefallen seitdem ich auf windows 10 gewächst hatte lag irgendwie alles ich weiß nicht ob es das ist oder 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 hat denn windows 10 jetzt auch Vorteile gebracht ich wollte ein spiel spielen und das geht nur auf windows 10 und ich habe auf meinem zweiten bildschirm habe ich eine taskleiste also das ist mir ziemlich wichtig dass ich auf meinem zweiten bildschirm eine taskleiste habe und dann ist dann noch dass ich dieses dass ich nicht aus dem spiel raus geschmissen werde weil der die die einstellung die anzeige einstellung ändern möchte und wenn er das dann ändert das dann einfach mein ganzer pc am arsch ist das ist immerhin weg war das gerade ernsthaft pb auf dem server ich habe letzte woche echt keine bessere zeit gefahren als das ich hatte jetzt ja überhaupt keinen es war deine schlechteste map jetzt auch deine oder meintest du eben mich ja ich meine dich achso ich dachte du meinst du ich hatte ja hier viel aufgeholt auf dich und ja wobei ich auch eine respawn hatte aber meine maps quasi meine maps sind immer meine schlechtesten ins map club ja weil ich weiß wie gut ich fahren kann und weil halt eine runde reicht und fuck oh gott ah nee ich habe ein obersteer nach links bekommen in der letzten ich war erster im moment im moment im moment ich dachte für im moment dass mini marvina auch super knapp an mir dran war aber nein was ist denn das für eine zwei sekunden lücke da ja zwei sekunden das ist genau die lücke die ich eben halt zu spät gestartet war ich kriege immer da immer da wenn ich da auf den dirt drauf komme und dann diese enge links kurve ist immer da kriege ich einen neck also das ist konstant immer da ist halt schon echt scheiße weil da ist echt schlecht jetzt habe ich da auch ziemlich viel verloren oh jetzt werde ich da mit achter hallo erst legt das auto nicht in eine kurve und dann kriege ich auf dem sand einen schlechten wallbang und nach dem wallbang ist es nach links gefahren ich wusste total viel vom gas ja das hatte ich auch mal deswegen mache ich den nicht deswegen fahre ich da immer normal ja aber jetzt ist das immerhin wieder ausgeglichen vom start richtig losgefahren war naja du hast eine bessere position ja ich brauche immer noch eine halbe sekunde schneller als die zeit die du da hattest in der ersten runde die 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 Map für mich. Weil er hat der Cut gefixt wurde, der die Map erst gut gemacht hatte. Die Map für mich. Hä? Warte mal, warum bin ich so weit hinten? Ich dachte jetzt, ich wäre so auf PB-Kurs. Bin ich jetzt schon wieder spät gestartet? Ich hatte mittendrin mal Autos angemacht, wo ich gucken wollte, ob Riolo vor mir ist oder nicht. Und dann habe ich halt auch so zehn Autos vor mir gesehen. Muss ich wohl spät gestartet haben. War aber irgendwas anderes, was ich nicht gemerkt habe. Ach, da jetzt. Warte, wie knapp das war. Immerhin habe ich Luck in der letzten Kurve überholt. Ich habe die Maps jetzt auch praktisch gar nicht angefahren. Aber ich war irgendwie eine halbe Sekunde schneller letzte Woche. Und das macht hier ein paar Positionen aus. Und da jetzt mal geht's vor, wie es dasuo war, im Trainw beraber das Alter. Ach komm. Das muss man nicht knapp sein am Ende. Ah, mein Spießkopf wieder gefießt. Ich weiß jetzt nicht wo ich so viel schneller jetzt bin als die Runde zuvor. Also schon schneller ja, aber so viel. Ich hab das Ende mega verkackt ey. Ich hab das Ende mega verkackt ey. Ich hab das Ende mega verkackt ey. Was macht denn Erik da? Ja. Der hätte ja auch eben mich geschlagen. Ja von der 100. Ich denke letzte Korf war nicht optimal aber mich wundert es trotzdem. Dass ich mit der Zeit jetzt nur vierter werde. Hinter mir natürlich wieder ne Lücke. Es war eigentlich bisher immer so was hinter mir ne Lücke war. Ich geh natürlich nicht vollendrisiko in diesen Uphills. Vor allem in den letzten, dass ich da wegslide. Schwer zu sagen wo das Limit ist. Aber ich fand es war ganz gut. Ich glaube wir haben in der letzten Runde den Abstand ziemlich gleich gehalten. Ich schätze mal Driften ist da wohl auf jeden Fall schneller. Das ist mir halt einfach nur zu Whisky. Macht Regul nur das oder wie? Ich kann mir da kein Drift vorstellen. Nein. Irgendwie oder wie? Ich glaube so eine zehnte schneller oder so? Dann ist guter Wischs. Ich komme zu der Map die eigentlich meine schlechteste sein sollte auf der ich aber letztes Mal mal okay gut war. Endlich im Vergleich zu Biodor, aber zu irgendeinem. Ich werde jetzt hier keinen Break-Trick machen in dem Tunnel. Ich will nicht, dass noch mal so was passiert wie letzte Woche. Ich glaube, das hängt nicht vom Tunnel ab. Ich glaube, das hängt eher nur von dir ab. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es vom Tunnel abhängt. Ja, aber du musst ... Ich habe du gesagt, ich mache jetzt keinen Break-Trick im Tunnel. Ja. Aber du würdest das woanders machen, wenn das jetzt zum Beispiel kein Tunnel ist. Ja, im Tunnel kostet es wesentlich mehr Zeit, wenn man es verkackt. Ich würde mir meinen, dass du dir halt normalerweise nicht fählen solltest für das. Dass es nur so eine Sache ist, die mal einmal passiert ist. Ich habe nichts mit dem Part zu tun hat. Ich habe eine Sekunde in dem Dirt-Downhill verloren. Ich bin halt so weiter davor. Dann bin ich plötzlich nach dem Dirt-Downhill wieder irgendwie fünfte oder so. Verliere ich halt so viel. Und dann hole ich es wieder zurück in der ... Ja, dann halt mit dem Break-Trick da unter der letzten Kurve. Ja, dann reicht leider nicht. Ich kann es nicht fehlen mich auch im Moment überhaupt nicht. Vor allem hier in dem Start. Ich war dann halt überhaupt nicht tight. Ja, da bleibt ein richtigen Robberstil gepackter in der rechts. Ich wusste, es ist so typisch, ey. Da kriege ich eine doofe letzte Kurve. Muss ein bisschen mehr einlenken. Und natürlich verliere ich eine Position um zwei Hundertstel. Das ist so nervig. Warum fährt Eric genau jetzt so eine Komma-4 rein? Das macht er bestimmt auch nur jetzt in dieser Runde. Nein. Weiter wäre Junior hat bisher jede Runde gewonnen, oder? Oder warst du mal Erster? Ne, der hat jede Runde gewonnen. Ich hatte ja einmal da die letzte Kurve verkauft, als ich vor ihm war. Da hatte ich ja einen Overstil. Ob der Ehrenmann hat. Wenn ich hier die Zwäche Overstil sage. Ich verliere halt drei Zehnte von so einem kleinen Overstil. Ja, wir haben da noch einen Job zu tun. Müssen ihm das verhindern, dass er einen perfekten Smirrskopf schafft. Hm. Ähm. Ich bin so langsam im Tunnel, dass ich eigentlich gar nicht Brake trinken muss. Das ist komplett voll. Weißt du? Da greif ich gerade. Fuck. Äh. Ich hab einen Overstil letzte Kurve bekommen. Und ich verliere drei Positionen. Ja. Ah. Ich hatte schon einen Overstil am Anfang, am ersten Dirt. Und wundere mich, dass ich meine Zeit von der vorherigen Runde geschlagen habe. Wobei, da hatte ich halt auch einen Overstil dann halt am Ende. Warte mal, das ist erst die zweite Runde auf der Map gewesen. Ich dachte wir wären jetzt durch mit der Map. Joa, Moment. Ich hätte auch gedacht, dass das schon die dritte war. Ja. Also nicht durch, aber ich hätte gedacht, dass es die dritte Runde war. Ja. Wo ist denn da mein toller zweiter Platz aus der ersten Runde hin? Das war doch nie im Leben, das war mir. Wo ist das Krumm? Also wundert mich jetzt auch, weil ich hätte das auch gedacht. Ja. Nee. Ja. Ja. Das ist ja. Ich hab dich jetzt allex-er. Diese lex-er. Ja. 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 Ähm. Ja. erst mal 8er richtig schön war gerade 8er ach das ist auch wieder so knapp zum fünften noch mensch ich verstehe nicht warum ich solche lecks habe ich verstehe nicht warum immer jeder durch kommt wenn ich nur mal ein bisschen weiter hinten ist ja noch eine runde scheiße jetzt bin ich schon wieder zu spät gefahren und so machen wir es natürlich nicht schwer ich wollte erst mal noch ein desktop bleiben dann habe ich mir gedacht ich gucke erst mal noch gerade eben ok halbe sekunde zu spät wir haben auch letzterunde drüber geredet ja also ja ich habe gemeint das ist komisch war ahhh anders hier ahhh noch ein anders hier ich werde fast komplett gequasht und wie kommen denn alle da durch warum kommst du jetzt gerade durch wo es so wichtig ist ja wenigstens habe ich auch mal Glück aber warum ist denn jetzt alles 51 ETF nix groß ausgelastet ganz normal wir kommen in Windows 10 also das ist anscheinend dann nicht nur dort hin auf meinem Rechner ich verstehe auch gar nicht also ich meine die Framerate die mir hier angezeigt wird ist halt auch konstant bei 144 höher geht die nicht das ist halt mein Monitor ist 144 ist es vielleicht von Windows cappt Windows meine Framerate auf 144 weil ich einen 144 Hertz Monitor habe kann das sein? ich habe keine Ahnung warte mal und die ich habe ganz oft wenn ich wenn ich merke dass meine Framerate irgendwie schlecht ist wenn ich dann gucke habe ich 72 FPS das ist genau die Hälfte von 144 und dann halt konstant immer das ist komisch muss ich mir mal ansehen ach du scheiße ist das schnell oh Gott das Spiel ist gerade immer so in slow motion und dann wieder so anderthalb mal so schnell wieder mal WTF du hast jetzt mal gesehen was Spam hier gemacht hat und dass er ausgeschieden ist naja noch nicht musst du mir mal sagen wenn ich nicht gerade in einem Cupspiegel da denke ich doch nicht dran hehehe ok nur sechster WTF ja du warst zweiter ja gut schon hat den Fehler drin aber die Leute sind ja auch eng zusammen Alter das ist sooo schlimm also ne ich hab das eben falsch gesagt ich hab's nicht so mussten sondern es geht immer schneller dann hab ich ein Freeze und dann geht's wieder schneller und dann hab ich wieder ein Freeze und dann geht's wieder schneller und dann hab ich wieder ein Freeze ich kann überhaupt nicht fahren ey hier geht gar nichts dann ist das so knapp ich hab doch mindestens ne Sekunde wegen diesem ganzen Fieses verloren ey dieser Eric der ist jetzt schon zum dritten Mal ne Hundertstel oder so vor mir im Ziel es gibt immer den Einen es gibt immer den Einen mal Mini Marina mal Eric mal Eric oder jetzt Eric ich kann nix machen jetzt jetzt in diesem Moment ja hier im Wald hier wo ich diese Probleme habe hab ich 72 FPS wenn ich diese Frame jetzt angucke wenn ich diese Frame jetzt da angucke es geht gar nicht es geht gar nicht wo auch nicht fuck ja ich hab halt schon ne Sekunde verloren wegen den Fieses ich kann nix dagegen machen aber es kommt immer wenn ich irgendwie eine Fight Parts drin bin drin drin oder so wow meine Inputs laggen auch noch ich hab grad ein genau in einem Freeze hatte ich ein Break Trick gemacht und da hab ich natürlich einen Thrift bekommen weil der die ganze Zeit durch den Freeze durch hat er halt die Bremse gehalten in der letzten Kurve da bin ich dann voll in volle Kann in die Wand nochmal zwei zwei Positionen verloren äh ne witz probier jetzt einfach immer nur dann zu lenken direkt nach einem Freeze weil dann kann ich mir sicher sein dass ich für ne kurze Zeit immerhin keinen Freeze bekomme weil wenn ich halt lenke in einem Freeze dann hält der die Lenkung durch den Freeze durch und auf Dirt einfach mal so ne vierzehnt also für ne zehnte oder so Lenkung zu halten ist halt schon scheiße ja war das jetzt die letzte Runde oder ist noch eine? noch eine ja noch eine na mit der Position kann ich jetzt glücklich sein aber ich würde gerne nochmal fahren können vor allem war auf dieser Map wirkt es mir so als wären hier ziemlich viele ganz gut so dann so 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 also es wird jetzt so langsam zeit dass riyudo geschlagen wird man muss natürlich sagen das hier ist seine eigene map und auf der letzten map war ja zuletzt der woche unschlagbar ich hatte ihn aber mehrmals geschlagen das war eigentlich seine schlechteste nein ich rede die letzte map die vor dieser hier kam da war er unschlagbar ja und der ozo map hatte ihn dann halt mehrmals noch geschlagen glaube ich ja aber das ist auch glaube ich schon fast die letzte hoffnung also gerade auf der map kann ich das mit den legs nicht machen da musst du dann das ist das ist unmöglich hande dann riskieren wie ich will aber das ist jetzt nur lag weil ich kann ja noch nicht mal konstant meine inputs machen meine inputs legen ja auch ich bin halt kaum trainiert ich hab vielleicht zwei runden auf ein paar maps gemacht noch nicht mal auf allen maps ja dann bist du sowieso mehr trainiert als ich und vielleicht auch als riyudo ist ja mehr trainiert als ich oder vielleicht riyudo das bezweifle ich ihr habt letzte woche schon mehr trainiert kann vielleicht kann voyager was auf seinen eigenen map ausrichten Ja, die Beute haben wir auch vergessen. Er war dort ja sehr gut. Ja, es braucht halt nur einen Fehler vom Hügel auf der ne. Auf der hier bin ich schlecht. Also, da mach ich mir keine Hoffnung. Säge. ich bin halt nicht ganz weit nach links gesprungen weil ich das nicht einschätzen kann wie sehr ich da abspringen werde aber wenn ich ich meine ich hätte es auch nicht dass da erwartet wenn ich gewusst hätte dass das so fucking eng sein würde mann oh mann ich hatte da beim absprung im freeze und bin dann halt voll nach links in den tunnel eingesprungen konnte die kurve dann auch nicht schaffen ich bin wahrscheinlich jetzt so 15 oder so auf dieser map ich war 14 vorm ende also ohne das hätte habe ich halt mega viel verloren aber ich hätte noch einen guten wand wie ist denn die komma sechs bitte jetzt vierter geworden ja das gibt es doch nicht und natürlich eric langsam werde ich nicht mehr überrascht wenn er irgendwie zweiter wird gegen uns beide noch habe ich vorsprung auf ihn war es jetzt eigentlich noch was jetzt eigentlich schon wieder vor mir schon lange lange war dann die ganze zeit vorne vor dir bis ich direkt bekommen habe bis das angefangen hat auf der dritten end der dritte map hatte ich dich schon überholt warte ich hab schon 20 mal nach vorne alter der lag ging gerade am ende oooohh Reonium hat verkackt und natürlich eric hat es geschafft mit der rundstel vor allem ich war zweiter im letzten cp also habe ich wahrscheinlich theoretisch auch drei positionen verloren ich habe probleme mit der vorletzten kurve also die rechts bevor du in den wald fährst da muss ich immer releasen ja man sieht doch kaum den apex gibt bei den apex kann man sowieso nicht sehen den sieht man kann man nicht sehen aber irgendwie glauben dass die kugel passt ich werde jetzt wird rio nur mehr für gefunden abschenken weil jetzt ist so ein bisschen der die anspannung raus das war ein gutes ende ich habe auch das zehnte auf riole gewonnen also ich habe jetzt mehrere ich war weit hinten ich war ich war mehrere fragen wie habe ich mich nur um achtausendstel verbessert mit dieser geilen runde das ist frage nummer eins wie werde ich damit nur vierter das ist die zweite frage wo habe ich was verloren keine ahnung das macht null sinn die runde war geil von vorne bis hinten ich bin jetzt eine,14, eine,13 und eine,12 gefahren dreimal hintereinander aber die hier war definitiv wesentlich besser hm ich bin ganze 30 punkte hinter dir uff ich dachte jetzt gewinne ich jetzt mache ich es dem eric gleich und zieh direkt nach mit einem sieb so hat es sich die runde angefühlt diese map hier hat ganz viele bäume ich wette also anscheinend wirkte bis jetzt so dass die bäume das problem sind ja es switcht immer zwischen 144 und 72 oh schlimm letzte woche war ich schlecht auf dem weg ja letzte woche hatte ich habe mir diese volder mehrere runden geklaut ich war konstant immerhin mindestens dritter und krank ich war konstant immerhin mindestens dritter und krank ja ja wer ist denn das da vorm nennen ich war gerade vor allem ich habe einen ganz guten quest 2 hier oder ich war cust 2 war jetzt Part 2 und ihrer also ich habe halt noch deine PB geschlagen hier also es ist erstens nur ein Zehntel Das war's für heute. Ich habe einen Bug bekommen. Aber ich bin ihn halt so rechtswinklig angesprungen. Und im Sprung habe ich mich 90 Grad gedreht. Nach links. Das war eine halbe Sekunde da verloren. Mal sehen, wie viel das jetzt kostet. Wie viel Position. 5. Natürlich. Fuck off. Was sind das alles für Leute? Hallo, ich bin Marius. Ja. Kann ich nicht Tag zu sehen. Ich will die Zeiten sehen. Also du hast vier Positionen. Oder drei. Also je nachdem wie sehr genau das mit der Halbungssekunde ist. Ja, halt ein bisschen mehr schon. Ich hatte schon ziemlich viel Zeit verloren. Ich meine danach hatte ich dann ja noch weniger Speed. Das war mal ein Bug. Ich bin aber auch sehr Fluff gesprungen da. Ich glaube da spielt man sowieso immer bisschen Fluff. Ich meine der musste daraus glaube ich ein Item machen. Aus dem Sprung. Weil der ja nicht mehr funktioniert in MP4. Ich bin hier nur 7. Schon eben. Diesmal würde ich nicht sagen, dass ich den Start verkackt habe. Eben schon. Ich bin 8er. Ich habe den jetzt auch ziemlich mitbekommen. Bin jetzt ganz gut nach oben. Und das ist halt auch plötzlich von 8 auf 4 in meinem schlechtesten Part. Oh, was hier? Bitte schlag mich nicht, Marius. Man, warum hab ich so viel Pech? Vor allem hab ich meine Warmer-Brunde noch nicht mal geschlagen. Aber ich hab auch Mini-Mariner verloren mit dem Oversteer. Immerhin kommt der Erik nicht gut. Schätzt euch mal. Er kommt auch so aus dem Mix-Krater. Ich hab den ewig nicht gesehenen Valley-Smurse-Kass vor allem nicht gut. Also nicht so gut. Aber hier und da hat er auch ne gecrashed Runde drin gehabt. Also gerade in den ersten Maps ist er ja jetzt nicht gut aufgefallen. Gerade in den ersten Maps ist er ja jetzt nicht gut aufgefallen. Das ist halt so dieser einen, wie man da in dem Castle-Part beginnt. Bis dahin war er ja gar nicht aufgefallen. Bis dahin war's ja nur ein Fall zwischen uns beiden. Ja, aber er war nie weit weg. Ach, was ist das? Was? Also Voyager ist jetzt nicht so schnell heute. Immerhin hab ich jetzt noch Glück gehabt. Ich hab halt ne Sekunde verloren mit dem Fies. Ey, ich fuhr jetzt auch jedes Mal dieselbe Zeit. Meine PB hier ist ja ne Komma 5.4 auf dem Server. Ich fuhr eben der 5.7, jetzt der 5.5. Ja. Unfassbar. Okay, Voyager ist auf Platz 2 auf seiner Map hier. Aber letzte Woche war er definitiv schneller gefahren. Ja. Was ist denn eigentlich das für ne Zeit von Minimabiner? Der hat die Map anscheinend trainiert. Ich mein, das ist ne gute Zeit. Das war sehr gut. Sehr gut. In diesem Part sind die Lags quasi am schlechtesten. Vielleicht bin ich desser... Ey, ich bin mal nicht siebter, sondern zweiter. Ich kann... Ich kann diese Parts, wo ich jetzt lagge, kann ich halt überhaupt nicht einschätzen, ob ich wie viel ich da jetzt verliere, oder wie gut ich die jetzt überhaupt genommen habe, weil es leckt halt. Jetzt musste ich in der Straßenkurve vom Gas gehen. Weil ich davor zwei von diesen typischen Mania Planet Physic Bugs gekriegt habe, wo das Auto einfach so von sich aus irgendwo hinlenkt, wegen dem Crabble. Ich schade die Wunderbarkeit. Was war das gerade? Ich hab nen Bump bekommen am Ende. Immerhin habe ich jetzt Ozons Local geschlagen. Deinen Augen. Ein bisschen. Also Erik hat jetzt dann doch in drei Runden was verloren. Wird auf jeden Fall ein interessanter Fight auf der letzten Map. Ja, ich weiß halt nicht mit der letzten Map. Also es ist halt nur noch... Da theoretisch müsste sie dir ja liegen. Ja, theoretisch schon, aber... Die sind aber unentschieden hier, Mini Marina und Erik. Aber Mini Marina? Echt? Ja klar, der ist ja auch die ganze Zeit... Der ist tatsächlich konstanter als Erik. Und deswegen sind wir mit dabei. Okay. Dann Luke, die Orp und Voyager auch eng zusammen. 20 Punkte mit beiden dann. Und dann Presso und Nen eng zusammen. Und dann Seehund. Ja, ich mein halt nur auf dieser Map sind... Lags halt ein bisschen fataler als auf anderen. Du musst halt hier die ganze Zeit lenken. Und wenn die Lenkung dann halt unkonstant ist, ist halt ein bisschen RIP. Zum Glück habe ich in der Payfront-Kurv... Also... hatte ich jetzt gerade immerhin in der Pavement-Kurve keine lags. Bis jetzt wirken die lags ziemlich konstant, je nachdem in welchem Part ich bin. Habe ich entweder 144 oder 72 FPS. Also sind jetzt die FPS die lags oder hast du schon richtige Freezes? Ja, das schon. Ich meine, das nutze ich gerade nur als Indikator. Ich weiß ja, wenn Mania Planet 70 anzeigt, dann hast du keine flüssigen 60 FPS. Also ich weiß halt nur, wenn der 144 anzeigt, funktioniert es allgemein. Wenn der 72 anzeigt, funktioniert es anscheinend eben nicht. Das meine ich. Ich habe auf dieser Strecke mega große Schwierigkeiten, diesen Gap in den ersten Sand reinzutreffen. Hätte ich jetzt noch nie. Weil ich will ja immer weit nach rechts. Wow. Sehr flachen Winkel dadurch. Ich habe ein anderes Ziel bekommen da. Direkt vor dem Apfel. Ich habe auch über eine Sekunde verloren, weil... Ich war halt direkt vor dem Apfel bin ich dann da in die Wand reingecrasht. Ich verliere über eine Sekunde, weil ich erstmal wieder in die Map reinkommen muss. Naja, das war auch... Allgemein beide waren jetzt auch nicht gut, also kann ich wahrscheinlich jetzt nicht groß... Ähm... Positionen mehr gewinnen. Oh fuck. Iriulu ist nur zwei Zehntel vorne vor mir und nur ein Zehntel vor Eric. Das sind schon mal neun Punkte gegen Eric. Fuck. Was bin ich gefahren? 58,2. Letzte Woche 57,4. In dieser einen guten Runde. Es war nur eine, wo ich das fuhr. Ja und ich 57,0. Ich bin einfach zwei Sekunden langsamer gefahren, ey. Gott. Gibt's doch nicht. Und wie geschlagbar Juni hier war. Ja, ja. 57,9. Was ist das denn für ne Zeit? Hey, ich wollte schon sagen. Stell dir mal vor, er hätte bislang das alles gewonnen. Das wäre jetzt nur... Also ich meine, ich hätte ihn ja auch easy geschlagen. Jetzt hätte ich diesen Anders hier nicht gehabt. Ich hab da ja anderthalb Sekunden verloren. Boah, ich bin fast voll geprashed da. Fahrt ist so gefettet. Machen diese Rechtskurve da auch so im Tunnel heraus. Immer richtig unnötige Breaktricks. Aber die bringen gar nichts. Aber du machst sie halt trotzdem. Ich hol richtig mega aus und mach da gar keine Breaktricks. Oder nur einen Endbreaktrick in dieser Schikane. Da verlierst du auf jeden Fall einiges. Oh, ich hab einen Mega-Bank bekommen. Ich hab gerade locker drei Zehnte mit diesem Bump verloren. Ich hab ne schlechte Runde. Ist anscheinend aber auch scheißegal. Der One hätte gereicht, um Riolo eben zu schlagen. Mehrmals angeeckt. Wie war denn mein One eben überhaupt schlechter? Ja. Also klar hatte ich den... Er hat den gerade auf jeden Fall verkackt. Das können wir schon mal festhalten. 24 Punkte nur. Okay, der ist raus. Mini Marina hat jetzt auch Punkte auf mich verloren. Also wenn ich einfach nur normal fahre, bin ich auf jeden Fall vor den. Ist aber noch interessantes Battle zwischen den beiden. Jetzt ist Mini Marina 7 Punkte vor Erik. Jetzt ist die Frage. Danke. Und das ist richtig gut es nicht verstanden. Sen wir natürlich ein Fisch. Anders hast Du gesehen, Ja. Wiener Wiener Neues auch. Ja. Nein. Neues Drehmann. Jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Zeit ich hier mit mir fliegen kann, ich habe einen Autodrifter bekommen, als ich in den Tunnel rein gefahren bin und dann hat sie richtig weggedriftet. Aber an sich habe ich da ziemlich viel Zeit verloren. Ich bin auch gespannt auf meine Zeit, weil das eine persönlich beste Runde sein müsste. Ja, oder auch nicht, ich habe da noch eine Sekunde verloren, ey, fuck, dass ich vor allem Ryuno, ich meine, die Zeit ist okay von ihm, ich meine, sonst hätte ich einen guten One außer diesen einen Drift, aber ich meine, ohne den hätte ich ihn schon wieder geschlagen, das sind halt sehr schlagbare Zeiten hier. Ich weiß, ich fand meine Runde richtig nah am Limit, keine Ahnung warum das noch nicht mal eine PB wurde, obwohl ich es verloren habe. Zumindest verglichen zu dem, was ich jetzt sonst hier so führe und die eben wesentlich besser. Hm. Ich bin mal ohne großen Fehler durchgekommen, aber die ganze Runde war ziemlich schlecht. Ich bin mal ohne großen Fehler durchgekommen, aber die ganze Runde war ziemlich schlecht. Ja. Ach, das war's schon. Ich sag ein Punkt vor dir. Hm. Ja. Wie sieht es jetzt aus? Minimavina hat 5 Punkte mehr gemacht als Erik, aber eben hatte Erik auch noch verloren nach der letzten Map. Ah Mann. Das hätte ein besseres Battle zwischen uns sein können, hätte ich diese Lacks nicht gehabt. Der Abschauen wurde auf jeden Fall nie groß. Es gab jetzt nie so eine Runde, wo einer mal 30 Punkte verlor oder eine Map, wo einer 40 Punkte oder so verloren hat. Es war immer ausgeglichen. Relativ. Es gab nur so, ich glaube zwei Runden, entweder zwei oder drei, hatte ich so neunten, zehnten Platz oder so. Ja, ich glaube mein schlechtes, das war achter, das kam zwei, dreimal vor. Ich hatte da ja diese eine Runde auf der Unscar-Map, wo ich 14. war, in dem letzten CP. Dann hatte ich noch fünf Leute geschlagen, äh, überholt in der letzten Kurve. Voyager hat Luke geschlagen im Kampf 106, Minimavina hat Erik geschlagen, haben wir gesehen. Presso auf 8, dann Nem, solide Seon. Nem hat viel verloren. Der war im Fight mit Presso und am Ende waren nur fünf Punkte vor solide Seon. Ah ja. Dann beende ich mal die Aufnahme. Thanks for watching.